Wow, bevor das Video startet, Jungs und Mädels, ab sofort gibt es im Panini Online Shop meine eigenen Packs United Karten. So sehen sie aus. Das Ganze in einem Bundle verpackt. Das Bundle kostet 50 Euro. Das perfekte Weihnachtsgeschenk. Ihr bekommt einmal das DFB-Sticker-Set dazu mit dem nummerierten Sticker. Allein aus diesem Grund lohnt sich das Angebot aus meiner Sicht. Schon natürlich auch die Packs United Karte. In jedem zweiten Bundle bekommt ihr eine Numbered Karte dazu. Die Karten sind OnCard unterschrieben und auch auf dem verifizierten oder auf den offiziellen Panini Autogramm-Sticker finde ich sehr, sehr geil. Ich finde sogar mit dem Sticker geiler als OnCard, aber müsst ihr halt Glück haben, welche ihr bekommt. Es gibt verschiedene Varianten. Es gibt die grünen, es gibt die lila nennen, es gibt die blauen. Die blauen sind die Base-Karten von mir. Zack, so sehen sie aus. Das Bundle ist zeitbegrenzt, das Bundle ist limitiert. Das heißt, zuschlagen, solange das Bundle noch da ist. Ihr bekommt 50 Stickertüten dazu. Ihr bekommt das Hardcover-Sticker-Album damit dazu. Ihr bekommt, wie gesagt, das DFB-Team-Sticker-Set mit dazu. Und ich kann euch mal ganz kurz... Ja, ich blende es mal ein, Leute. Ich blende es mal ein. Ich hatte ja vor ein paar Wochen meine Adi Yemi gezogen. Adi Yemi war für mich jetzt nicht so relevant, sage ich mal. Und habe die Adi Yemi verkauft. Und ich kann euch einfach mal die Adi Yemi zeigen, die die höchste Nummerierung hatte. Sage ich nun mal so. Dann mit dazu ist auch noch eine Adrenalin XL Platinum AX... Adrenalin XL Limited Edition von der World Cup Katar AXL-Serie. Jetzt habe ich genug rumgeschnackt. Gönnt euch das Bundle, das perfekte Weihnachtsgeschenk. Vielen, vielen Dank für den Support. Und jetzt geht's ab mit dem Video. Hey Leute, was geht ab ruhig und herzlich willkommen hier zum nächsten Adventsgeländertürchen hier auf meinem Kanal. Als erstes wünsche ich euch natürlich einen wunderschönen vierten Advent. Also mir kommt das so vor, als hätte ich gestern das erste Adventsgeländertürchen hochgeladen. Heute einfach vierter Advent, 18. Türchen. 18. Türchen und wir starten mit dem Magitex Bundesliga Adventskalender. Mal gucken, was wir so am vierten Advent bekommen. Schreibt mir gerne eure Highlights des Tages aus eurem Adventskalender in die Kommentare. Da haben wir Gerardo Becker, Patrick Pfeiffer, Grisha Prümmel, André Hahn und Steve Breitkreuz und Jan Regensburg. Zack. So, Türchen 80. Ich empfehle euch das Türchen 17 zu gucken, weil Türchen 17 war aus meiner Sicht das beste Türchen, das wir jetzt jemals hatten. Also ungelogen. Ungelogen. So, und hier starten wir am vierten Advent mit dem Man City Logo. Rui Silva, Memphis Depay, Arce Milan Logo, Enforcer von Rodrigo de Paul und Next Gen von Cole Palma. Zack. So, auch der Adventskalender nähert sich dem Ende. Panini, Stickertüte Nummer 18. Franco Armani, Abdulaziz Hatem, Slimane, Afif und Jens Düber Larsen. Okay, das Stickerpack, also dieses Stickerpack vergessen wir ganz, 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 ganz schnell. Ich bedanke mich, das war's mit dem 18. Türchen, habt einen schönen vierten Advent und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Tschüss. Musik 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 Musik